Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in War on the East. Immer noch November 29, äh, der 29. November 1942, Zug 76 und wir werden den gegnerischen Zug heute zeigen. Ich habe in der administrativen Phase, also die jetzt hier nicht aufgezeichnet worden ist, noch so ein paar Dinge gemacht. Ich habe jetzt auch schon mal eine Ansicht rein und zwar habe ich hier in der farblichen Codierung, wie ihr es hier sehen könnt, bei den einzelnen Divisionen, ich habe mir jetzt mal ganz kurz hier die Command-Quality anzeigen lassen, also die Qualität der Kommandostruktur und da habe ich tatsächlich in diesem Zug noch einiges gemacht. Ihr seht oben, Aktions-Atmosphorie-Punkte, da habe ich noch drei übrig, hatte noch knappe 40 Stück und das meiste ist daran draufgegangen, dass ich glaube ich drei oder vier, zwei oder drei Core-Kommandeure ausgetauscht habe, die eher suboptimal waren. Das ist das Schöne hier, die Ansicht habe ich relativ selten an, aber in dieser Ansicht kann man relativ schnell erkennen, wo es Probleme in der Kommandostruktur gibt. Nicht wundern, diese roten Einheiten hier, das sind hier befestigte Zonen, dass die rot haben, ist kein Problem, das OKH ist weit weg und da sind wir doch in einigen Teilbereichen, vor allem hier oben bei der zweiten Armee, aber auch hier bei der neunten Armee sind mir einfach Sachen aufgefallen, da musste ich Core-Kommandeure ein bisschen austauschen, da haben wir noch ein kleines Problem, aber derzeit habe ich keine administrativen Punkte mehr zur Verbesserung übrig. Was habe ich sonst noch gemacht? Natürlich noch ein bisschen Verordnung gesorgt, also hier unten in dem Bereich die eine oder andere Division an andere Chores gehängt, die Chores auch vielleicht auch eine andere Armee, einfach, dass da wieder eine Homogenität herrscht und eine Kommando, eine einheitliche Kommandostruktur. Das passt jetzt so alles wieder und dann habe ich auch mal relativ lange Zeit damit verbracht. Ich habe bestimmt zehn Depots im rückwärtigen Raum aufgelöst und habe auch die Depot-Priorisierung in großen Teilen runtergesetzt oder angepasst. Ich bin mir sicher, es lassen sich immer noch 20 bis 30 finden, wo ich es besser machen könnte, aber im Groben und Ganzen passt es soweit ganz gut. Ja, das waren die Tätigkeiten, die ich jetzt hier noch gemacht habe und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem gegnerischen Zug. Jetzt überlege ich gerade, wie lange wir, wie nah wir rangehen. Ja, soweit gehen wir ran und wir beenden den Zug. Und dann schauen wir mal, was die Sowjets zu bieten haben. Erstmal hier die sowjetische Seite. Da laufen natürlich dieselben Dinge ab, wie bei uns auch. Alles ein bisschen schneller. Ich würde ganz gerne vorlesen, was da steht, aber derzeit ist Priority Factory Repair. Eisenbahn wird repariert, Partisan-Attacken werden jetzt im Hintergrund mehr oder weniger gehandelt. Dann die Bewegung der einzelnen Ressourcen und so weiter und so fort. Also in der administrativen Phase passiert da auch sehr, sehr viel. Wir haben auch in den letzten Folgen immer wieder mal auch in den Informationsscreen reingeschaut zur Logistikphase. Und da passiert ja wirklich, wirklich viel. Und das läuft natürlich alles hier im Hintergrund ab. Dauert aber auch immer relativ lange. Jetzt hier auf der letzten Seite geht es mittlerweile relativ schnell. Die haben nicht mehr so viel. Wir können hier übrigens auch schön sehen, dass doch im Raum Moskau mittlerweile sehr, sehr viel Luftwaffe steht, der Sowjets. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Das Problem derzeit ist, dass wir natürlich Blizzards haben und ich nicht adäquat aufklären kann. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn ich jetzt aber gesehen habe, dass hier gerade bei Moskau mittlerweile so eine Dichte auch an feindlichen Luftarmeen liegt und einzelnen Staffeln, da tut sich einiges. Würde ich gerne mal einen Blick hinter die Frontlinien werfen, aber bei dem Wetter etwas schwierig hinter die Linien schauen zu können. Die Sowjets bewegen isolierte Einheiten. Sowjet-Front-Attacks. Schauen wir mal ab, was passiert in dieser Runde. Letzte Runde hatten wir 66 Angriffe. Hier ihre Panzerketten. Sowjet-Front-Attacks. Da ist der Erste. Machen wir gleich mal Pause. Das ist hier quasi bei der Heeresgruppe. Jetzt muss ich überlegen, ist es die Heeresgruppe B oder A. Also im wilden Süden. Gegen die 4. Schock-Armee hat er angegriffen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Insgesamt 141 Panzer. Haben die dann Panzerkorps mit dabei? Ne. Was interessant ist, Separate Tank Regiment, Separate Tank Regiment, separates Panzerregiment, separates Panzerbataillon. Die Sowjets scheinen immer mehr. Das erklärt auch so ein bisschen, es erklärt nicht, woher sie kommen, aber letzte Runde gab es ja einige Tausend Panzer für die Sowjets obendrauf. Die scheinen sich mittlerweile nicht nur in einzelne Panzerkors zu organisieren, sondern hier sind sehr, sehr viele unabhängige Panzerregimente und Bataillonen mit dabei. Er gibt hier in dem Fall 141 Panzer, von denen haben sie knapp 79 verloren. 1.440 Mann von 42.000 verloren. Bei eigenen Verlusten von 171 gab es dann auf unserer Seite hier irgendwelche Reserveaktivierungen. Nein, hier steht die Großdeutschland-Division und die 6. rumänische Infanterie-Division und die 5. rumänische Kavalerie-Division, die hier hervorragend gehalten haben. Sehr schön. Ein weiterer Angriff hier unten, auch wieder gegen rumänische Stellungen, oder? Ne, hier sind keine Rumänen drin, das nicht. 49.000 Mann auf sowjetischer Seite gegen 41.000 Mann auf unserer, eingegraben in Stufe 2. Das sollte natürlich kein Problem werden, ist es auch nicht geworden. 1 zu 8,8. Die Sowjets haben 45 von 168 Panzer verloren. Auch hier schauen wir mal. Separate Tank Battalion, Separate Tank Battalion, Tank Regiments, also drei unabhängige Panzerbataillone, ein unabhängiges Panzerregiment. Ja, und nochmal ein Bataillon mit dabei. Ja, da kommen die ganzen Panzer her. Die haben unglaublich viele unabhängige Panzerbataillone, wie das aussieht. 45 Panzer verloren von 168, knappe 927 Mann verloren. 60 auf unserer Seite, also gutes Ergebnis nach wie vor. Hätte tatsächlich, wenn... Oh, jetzt müssen wir mal schauen. Die 35. Reserve rumänische Infanterie-Division wurde in die Flucht geschlagen. Verluste 6.300 Mann hier. Das ist ein wirklich, wirklich herber Verlust. Wer hätte hier angegriffen, das 20. Schützenkorps. Das ist ein bitterer Schlag. 1 zu 4,9. Hier gegen die 26. Panzer-Division und die 5. italienische Infanterie-Division. Und wir haben auch die 9. rumänische Infanterie-Division. 30.000 Mann gegen 34.000 Mann. Das muss gewinnen, kein Wunder. 138 von 75 Panzer verloren. 546 Mann auf sowjetischer Seite. 226 auf unserer. Passt auch einigermaßen. Flugzeuge. 5.600 Mann Verluste bei den Sowjets. Und 142 Panzer von 185 auch hier wieder. Haben wir hier einen Panzerkorps mit dabei. Nee. Alles über unabhängige Panzerbataillone und Regimenter. Wahnsinn. 293 waren Verluste hier auf unserer Seite. Wir sind hier in der Stellung nicht mal eingegraben gewesen. Die 294, die 295 und die 384 Infanterie-Division. Insgesamt mit 37.000 Mann. Die waren nicht eingegraben. Und haben hier 65.000 Mann abgewehrt. 5.600 Verluste bei den Sowjets. Das ist bitter. 1 zu 4. Ebenfalls jetzt hier. Wir sind jetzt schon im Bereich. Nee, wir sind nicht im Bereich der 6. Armee. Das ist eine Mischung aus 17. Armee hier oben. Und der 3. Panzerarmee. Ach, das war ein Angriff auf dieselben Stellungen, sehe ich gerade. 838 Mann verloren bei den Sowjets 55 auf unserer Seite. Sie versuchen aber schon, diese Schwachstelle anzugehen. Das ist ziemlich offensichtlich. So, jetzt haben sie die befestigte Zone da zerschlagen. War ja noch als Wellenbrecher mit drin. Wieder gehalten. 1339 Mann verluste. 62 Panzer von 108 verloren. Das ist für mich momentan das Wichtigste. Wir müssen die Panzerzahlen wieder runter bekommen. Also hier die 24. Panzerdivision und die 6. Ungarische Leichterdivision haben hier hervorragend gehalten. Vor allem, weil das jetzt hier auch so eine Eckstellung war. 1 zu 4,1. Gehalten. 205 Mann verluste auf sowjetischer Seite. Ein recht kleines Gefecht hier. Dann geht es hier nochmal an die Eckstellung. Genau, wieder die 24. Panzerdivision. Wir haben ein Panzerfeld und die Sowjets 22 und 725 Mann. Auch sehr zufriedenstellend. Ja, gerade diese Eckstellungen können natürlich aus drei Hexfeldern angegriffen werden. Da ist man besonders kritisch. Gut, dass wir die Panzerdivision da drin stehen hatten. Und ich höre irgendwo Kavallerie-Getrappel. Oh, Moment. Das müssen wir uns mal anschauen. Das ist knapp. Hier haben knapp 100.000 Mann der Sowjets angegriffen gegen 17.000 Mann auf unserer Seite. Die 260. Die Infanteriedivision und zwei Regimenter aus unterschiedlichen Divisionen. 17.000 Mann gegen 100.000 Mann. Gott sei Dank angegraben mit Stufe 3. Haben leider eine Befehlungsstufe jetzt hier verloren. Auch hier sieht man es wieder. So eine Eckstellung, wo wir über drei Hexfelder angegriffen werden können. Boah, die Verluste bei den Sowjets. 6.000 Mann und 136 Panzer von 242. Jetzt schauen wir auch hier mal, ob wir hier irgendwelche Kors haben. Also Panzerkors. Nein. Auch hier nur unabhängige Panzer, Bataillone und Regimenter. Da gibt es eine ganz schöne Menge hier. Also gut, dass es gehalten hat. Schade ist, dass wir hier gerade in der wichtigen Eckstellung hier unseren Befestigungsstatus etwas verloren haben. Aber immerhin gegen 100.000 Mann. Das muss man auch erstmal schaffen. 1 zu 6,5 hier. 11.000 gegen 22.000 Mann. 777 Verluste und 8 Panzer auf sowjetischer Seite. Flugzeuge sind hier gerade gar nicht unterwegs. Nicht großartig. Auf meiner Seite fliegt ein bisschen viel auf sowjetischer gar nicht. 1.800 Mann Verluste auf sowjetischer Seite und 4 Panzer. Stellung hier auch gehalten. Auch diese Eckstellung gut gehalten bei der 383. und 889. Infanteriedivision. Ja, diese Angriffe sind schwierig für die Sowjets mit 37.000 Mann gegen 15.000 Mann der 88. Infanteriedivision. Hier gegen eine Stellung mit Befestigungsstufe 3. Das ist natürlich nicht zu schaffen. 1.200 Mann Verluste in den Sowjets. 2.000 Mann Verluste hier. Wir haben angegriffen mit 53.000. Und gegen 16.000 hier der 75. Infanteriedivision. Ich muss mal schauen. Ah, wir haben eine Befestigungsstufe verloren. Von 3 auf 2. Alles sehr, 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 sehr wichtig. Ich sage mal so, das Niederkämpfen hier unserer befestigten Stellung ist für die Sowjets wichtig. Denn Stalingrad ist extrem wichtig. Müssen wir extrem, müssen wir auf alle Fälle halten. Und in der letzten Runde haben wir auch gesehen, die Befestigungsstufen mit 3 sind natürlich wirklich Bollwerke. Jede Stufe, die die Sowjets hier uns abnehmen können, ist Gold wert. Hier haben die Sowjets 1.888 Mann verloren. Angegriff haben sie mit 86.000 Mann gegen 37.000 Mann bei 3 Infanteriedivisionen hier bei uns. 11 Panzer verloren von 75 und wir haben 140 Mann verloren. Auch ein sehr gutes Ergebnis. 4.800 wird ja fast 5.000 Mann verloren und 171 Panzer von 90 angetretenen. Boah. Was haben wir hier drin stehen? Die zweite Panzerdivision. 57 Infanteriedivision und die 330 Infanteriedivision. Wir können also schon sehen, dass wir die Stellung natürlich hier mit drei Einheiten, dass es wichtig ist, dass wir die auch ausgebaut oder mit drei Einheiten belegt haben. 1 zu 9,2. 6.083 Mann Verluste bei den Sowjets. Aber es sind keine überhaupt keine. Hier im Süden ist die sowjetische Luftwaffe überhaupt nicht aktiv gerade. Jetzt sind sie mit 13 Jägern unterwegs. 1 zu 3,6. Wir haben gehalten in der Stellung mit drei. Knappe 1000 Mann Verluste auf sowjetischer Seite und 11 Panzer. Und bei uns vernachlässigbar mit 59. Ein weiterer Angriff. Übrigens, oben haben wir es gerade kurz gesehen. Die Wetterverhältnisse am Boden, tiefer Schnee und wir haben Schneestürme derzeit. Im meisten Bereichen der Front. Wieder 2.834 Mann Verluste bei den Sowjets und 15 Panzer gegen 236 Verluste auf unserer Seite. 10 Jäger abgeschlossen. Wir können es auch schon langsam sehen, was wir vorhin schon wahrgenommen haben, dass die Luftwaffe sich entscheidend mehr Richtung Norden mittlerweile konzentriert. Da müssen wir natürlich dann auch reagieren. 2.297 Mann Verluste, 11 Panzer. Hier haben fast 70.000 Mann angegriffen gegen die 56. Infanteriedivision mit 14.900 Mann. Unsere Verluste sind gering mit 90 Mann. Einen Jäger verloren. Die Sowjets haben noch 9 Jäger verloren. Auch hier sehr, sehr gut. Auch hier wird in der Eckstellung auch gut gehalten. 29.000 Mann hier gegen 16.000 Mann. 1 zu 3,6. Wieder 8.000 Mann bei den Sowjets verloren. Bin gespannt, was da am Ende dabei rauskommt. Und Verlustzahlen bei den Sowjets. 1 zu 6,8 in der Befestigungsstufe 3 Stellung mit der 258. Infanteriedivision. Reserveaktivierung hat man keine. Nein. Die Sowjets haben 773 Mann verloren. 7 Jäger. Und wie erledigt ich 85 Mann. Auch wieder blutige Verluste hier für die Sowjets. Weiterer Angriff hier auf die Eckstellung. Der 268. 1 zu 2,2. 1.200 Mann auf sowjetischer Seite. 110 auf unsere. Und 14 Jäger nochmal abgeschossen. Auch sehr gut. Ja, die Luftwaffe sitzt hier oben. Deutlich aktiver. Aber Moment. Mir fällt gerade ein im Süden. Im Süden sind ja schwere Regenfälle. Vielleicht können sie deswegen nicht fliegen. Aber im Blizzard können sie auch fliegen. Hier 900 Mann Verluste bei den Sowjets. Wir haben gut gehalten. 1 zu 2,7. Auch wieder hier in dieser Eckstellung. Ein Angriff auf die 239. Mit 1 zu 5 vom Stärkeverhältnis her. Wir können sehen. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr froh, dass wir schon so frühzeitig begonnen haben, uns einzugraben. Mit Befestigung Stufe 3. Da lässt es sich wirklich gut leben. 371 Mann Verluste auf sowjetischer Seite. 8 Flugzeuge verloren. Das ist gut so. 1 zu 4,4. 634 Mann Verluste. 6 Panzer. 11 Jäger aufs wettische Seite. Und die 268 Infanterie-Division hat 97 Mann verloren. Und wir haben drei Jäger verloren. Was die Sowjets hier ganz klar machen, ist, dass sie versuchen, uns abzunützen. Wobei es mir eher momentan danach aussieht, als wenn die Sowjets sich daran abnützen. Stichwort Munitionsansatz. Der natürlich bei uns auch recht hoch ist, aber im Angriff natürlich noch deutlich höher ist. Und ich befürchte, dass das eher für die Sowjets im Großen und Ganzen die Abnutzung auf ihrer Seite deutlich schlimmer oder schwerer wiegen sollte, als auf unserer. Denn unser Nachschub kommt ganz gut zurande, vor allem im Süden. Wiederverluste hier. 797 Mann bei den Sowjets. 1 zu 13,4. Auch hier wird eine Stellung mit Befestigung Stufe 3. Also ohne Probleme halten können. Jetzt gehen wir langsam Richtung Voskau hoch. 813 Verluste bei den Sowjets. Keine auf unserer Seite. 1 zu 2,1. Gehalten. 1438 Verluste. Was werden wir nicht schon haben? 50, 60.000. Hier wieder ein Angriff auf eine Eckstellung. Auf die 250. auf die spanische Infantriedivision. 1.000 Mann Verluste bei den Sowjets. 12 Flugzeuge. 12 Jäger verloren. 102 Mann bei uns. Und keine Flugzeuge. Auch wieder ein herausragend gutes Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden. Deshalb kann ich eigentlich gar nicht so böse in das Blizzards herrschen. Zum einen werde ich dazu gezwungen, mich möglichst wenig zu bewegen. Und zum anderen scheint der Feind unter relativ ungünstigen Bedingungen auch anzugreifen. Hier wieder gehalten. Gut ist es klar. Die Sowjets greifen hier mit zwei Schützendivisionen an. 19.000 Mann gegen unsere 292. Infantriedivision. Hat 16.000 Mann. Sehr gut. 3 Erstellungen. Was wollen sie da erreichen? 452 Mann Verluste auf ihrer Seite und 4 von 5 Jägern abgeschossen. Ich höre wieder Hufgetrappel. 1 zu 5,8 hier. 851 Mann Verluste. Wir standen hier drin. Die 263. Infantriedivision. Stummgeschützbataillonen. Zwei schwere Cannon Battalions und Gun Battalions standen mit drin in der Verteidigung. Die Sowjets 851 Mann verloren 5 Jäger. Sehr schön. 1 zu 6,5. Eindeutig gehalten. 2.268 Mann Verluste von 32.000 angetretenen. Auch recht heftig. Aber Flugzeuge sind diesmal von meiner Seite aus keine gestartet. So, jetzt bewegen wir uns langsam Richtung Moskau. Das müsste jetzt hier schon im Bereich, der ist das die die 9. Armee. Das ist hier oben die 9. Kann ich das irgendwo sehen. 69.000 Mann gegen 4. 26.000 Mann. Die Sowjets haben 5.471 Mann verloren und 46 von 53 Panzern und 3 Jäger. Während wir nur 355 Mann verloren haben. 1 Jäger. Und ja gut, 5 Panzer sind dann noch relativ heftig. Wer hat denn die Panzer dabei? Ach, die dritte motorisierte Division. Okay. Continue. So, wieder knappe 1000 Mann Verluste von den Sowjets. 11 Flugzeuge, 11 Jäger, äh, 11 Panzer, 10 Flugzeuge. Bei lediglich 45 Mann Verlusten hier bei der 131 Infanterie-Division. 1 zu 3,6. Bisher haben wir erst eine Niederlage eingestrichen. Den Rest haben wir alles sogar ziemlich deutlich halten können. Auch hier wieder 1300 Mann Verluste über den Sowjets. 19 Panzer von 42 Jäger abgeschossen bei geringsten Verlustzahlen auf unserer Seite. Das läuft gut. Die Abnutzung. Jetzt sind wir im Bereich der 2. Armee. Wir können auch jetzt sehen, hier wird es langsam interessanter. 1 zu 2,7. 20.000 Mann greifen hier an. Und zwar sind das eine Artilleriedivision und drei Brigaden. Okay. Schützen, zwei Schützenbegraden, eine Luftlande-Brigade. Die Artilleriedivision. Das kennen wir organisatorisch natürlich von der Wehrmacht überhaupt nicht. Muss ich direkt mal reinschauen, was die alles so haben. Natürlich jede Menge Artillerie. 152 Mann Verluste. Der Angriff wurde bei 491 Meter gestoppt. In dem Fall haben wir tatsächlich sogar ähnlich hohe Verluste wie die Sowjets. Interessant. Ja, und es geht munter weiter im Bereich der 2. Armee. Da wird es schwieriger. Bloß noch 1 zu 2,2. Auch wieder ordentlich gehalten. Gut, wir sind natürlich jetzt hier auch nicht eingegraben gerade in dem Hexfeld. 191 Mann Verlust aufs weltsche Seite. 181 auf unserer hält sich also ungefähr die Waage. Also bei der 2. Armee muss ich jetzt schon wirklich aufpassen. Ich werde es auch gleich mal aufschreiben. Wir müssen den Raum, machen wir kurz Pause, den Raum Moskau müssen wir heute stärken. Da scheinen die Sowjets auf alle Fälle, beziehungsweise Sowjets scheinen dort gut anzugreifen und wir stehen da einfach nicht gut da mit unseren Einheiten. Ach. Der Verlust ist bitter. Wir haben eine Dreierstellung verloren hier. Geschützt lediglich durch das dritte Regiment 1. Infanteriedivision. Das ist bitter, dass wir die Stellung verloren haben. Ja, gut. Aber wir sind natürlich hier in einem sehr, sehr günstigen Gelände zum Verteidigen hier im Wald. Nicht weiter tragisch. Trotzdem natürlich sehr ärgerlich, dass ich hier das Risiko eingegangen bin. 1 zu 6,7. Auch ordentlich hier gehalten hier westlich-östlich von Wladimir. Aber wir sehen schon, es wird hier definitiv, ich muss hier aufpassen, jetzt sind wir immer noch im Bereich, ich will mal belegen, es müsste immer noch die zweite Armee sein. 1 zu 1,3. Befestigungsstufe 2, die Sowjets haben knappe 1.000 Mann verloren, wir 49, aber es wird dünner hier oben, die Kampfergebnisse werden schlechter. 1 zu 2,6 sind 736 Mann bei den Sowjets. Verlust für vier Jäger, 90 Mann auf unserer Seite, aber auch wir 1 zu 2,6. Wir haben natürlich jetzt aber auch im Bereich der zweiten Armee, also generell hier bei der Heeresgruppe Nord, nicht so viele Unterstützungseinheiten, die sind momentan zu ganz, ganz großen Teilen im Süden. Oh, das war natürlich eindeutig hier, 1 zu 28,2, was hat sie angegriffen? 48.000 Mann ist ein 7. Schützenkorps, zwei Kavallerie-Divisionen, drei Kavallerie-Divisionen und eine Schützendivision haben angegriffen mit 48.000 Mann gegen 35.000 Mann der 23. und 32. Infanterie-Divisionen. Die Sowjets haben knappe 2.800 Mann verloren, 42 Panzer von 63, also auch wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie diese Eckstellung angreifen werden. 1 zu 4,1. Wieder fast 2.000 Mann Verluste bei den Sowjets, 25 Panzer verloren, so gut wie keine Verluste auf unserer Seite, das läuft gut. 1 zu 3,6. 882 Mann Verluste bei den Sowjets. Nö, auch hier gut gehalten. 1 zu 1,9. Wo stehen wir denn hier? Verteidigungsstufe 2, die 106. Infanterie-Division. Mit 18.000 Mann gegen 32.000 Mann und trotzdem ist das Ergebnis relativ knapp gewesen mit 1 zu 1,8. Mal schauen. 1 zu 3,5. Gehalten. 1 zu 2,2. Also im Bereich der 18. Armee muss man auch sagen, werden die Angriffe stärker und wir können es auch nicht so und deshalb wohl wir mal 1 zu 2,2. Obwohl wir eigentlich immer relativ 1 zu 14,2. 12.000 Mann hier gegen 12.000 Mann. Boah, die 93. Infanterie-Division ist auf 12.000 Mann runter. Muss ich auf alle Fälle dringend schauen. Ich sehe jetzt auch gerade, Jäger steigen hier auch gar nicht mehr auf momentan. 1 zu 41,2. Ja gut, die haben hier mit 4.600 Mann angegriffen, die 2. Kavallerie-Vision. Warum machen sie das denn? Da scheint es gewesen zu sein, die Sowjets sind schon Build Assault Fronts. Also sie bauen jetzt Angriffsfronten auf. Jetzt formen sie eine Frontlinie. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Es gibt noch eine andere Art von Angriff, aber ich glaube, die kommt nicht mehr. Also es gibt Angriffe gegen exponierte Stellungen, dann irgendwelche Abnutzungsangriffe und geplante Angriffe irgendwie sowas. Aber das denke ich, scheint es für diese Angriffswelle gewesen zu sein. Man kann aber jetzt hier schon sehen, die KI braucht recht lange, um hier eine Frontlinie zu bilden. Offensichtlich hat sie ein paar schwierige Entscheidungen zu treffen, wie und wo die Front jetzt verstärkt und wo sie offen gelassen wird. Ich tippe ja darauf, dass der Norden nach wie vor sich etwas weiter austunet. Und ich plane auch, dass wir im Norden, vielleicht schon im Januar, Februar eventuell eine kleine Offensive starten, je nachdem, wie sich die Kräfteverhältnisse noch verschieben werden. Aber Zeit wird es auf alle Fälle, dass wir auch weitere Panzerkräfte weiter in den Norden schieben. Die sind ja mittlerweile fast ausnahmslos im Süden geparkt. Ich hatte kurz ein bisschen auf Pause gestaltet. Ja, nee, die Sowjets sind fertig. Das heißt, das Logistikgedöns hier, was durchläuft, müssen wir uns auf der deutschen Seite nicht anschauen. Wir werden uns aber jetzt gleich noch die Verlustzahlen des sowjetischen Angriffs hier nochmal anschauen. So, dann schauen wir uns hier nochmal die Verlustzahlen der sowjetischen Offensive hier an. Die Sowjets haben verloren in 78.157 Mann und 941 gepanzerte Fahrzeuge. Ihr wisst ja noch, wir hatten knappe 4.000 oder 4.500. Die grafische Veranstaltung, das machen wir einfach, würde ich sagen, im Zug 1. Da sind wir dann nochmal näher dran. Aber fast 1.000 Fahrzeuge diese Runde verloren, das ist schon sehr, sehr gut. Unsere eigenen Verluste wieder, wie üblich, zwischen 27.000 und 30.000. Diesmal liegen wir bei 28.689. 53 Panzer verloren, 257 Geschütze. Und bei der Luftwaffe, wie sieht es aus? Wir haben insgesamt 29 Flugzeuge verloren, die Sowjets haben 272 verloren. Das ist auch eine sehr, sehr gute Zahl, aber die müsste noch deutlich höher sein. Denn die Sowjets haben wirklich eine massive, ja, quantitative Überlegenheit der Flugzeuge mittlerweile erreicht. Und da müssen wir auch schauen, dass es da vorbeiz geht. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, die Angriffe auf die Front waren für die Sowjets rechtvoll. Jetzt muss ich mal schauen, hat der eine Kessel gehalten? Jawohl, der eine Kessel hat gehalten. Was steckt denn da drin? Zwei Divisionen, eine Luftlandebrigade. Naja, das kann sich doch durchaus sehen lassen. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative, natürlich auch strategische Entscheidungen. Auf alle eurem Schlachtfelder macht es gut. Und ciao, pferdzeug, servus. Auf alle eurem Schlachtfelder. Untertitelung des ZDF, 2020